Ich habe jetzt auch einen Support-The-Creator-Code, Flo oder Flo, einfach eingeben und jeder, der mir davon ein Bild auf Instagram schickt, wird in der Story markiert, auf ihrem Bruder-Basis. Viel Spaß beim Video. Und damit willkommen meine lieben Freunde hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind heute ganz aktuell am Start und zwar mit dem neuen Track von Karpi. Ja, das Album ist gerade rausgekommen, also supportet auf jeden Fall. Link zu Amazon ist in der Beschreibung. Gönnt ihm Freunde und lasst Liebe und Support auf Amazon noch einmal da. Ja, ja, gut. Freunde, wir sind nämlich gerade aktuell am Start jetzt mit Capital, mit Casey und Samajan mit dem Track Rolex, ja. Ich habe Bock, Alter. Casey und Samajan und Karpi zuletzt mit DNA ein Mörder-Hit geliefert, Alter. DNA, 20 Millionen, über 20 Millionen Aufrufe auf YouTube mittlerweile. Ähm, Dega, ein Brett. Wer dazu meine Reaction sehen will, Freunde, oben im i findet ihr eine Playlist mit allen Joker, Capital, Bra, Reactions von mir. Und, ähm, ja, jetzt nochmal ganz frisch die Mitternachts-Reaction, Freunde. Oder gleich auch noch Lelano, neuer Track, wird auch noch abgecheckt. Also seid noch ein bisschen... Bleibt noch eine halbe Stunde wach, Freunde, ja. Ähm, Jungs, ich habe Bock, Alter. Ich habe Bock. Ich habe Übelbock. Ich habe Ferien. Ich bin bereit, Digger. Ich habe Bock auf den Track. Und, ähm, freue mich drauf, Alter. Let's go. Boah, allein der Anfang, Digger. Allein der Anfang. Weil, wisst ihr, ein Künstler hat das geschafft, wenn so ein leises, ba-ba-ba-ba-ba-bam-bam reicht und ich Gänsehaut bekomme, Mann. Ah, dann hat er, dann hat man was richtig gemacht als Künstler. Achtet! Oh, Digger. Auch die drei zu sehen. Gänsehaut, Mann. Tja, was war das für ein Move, Alter? Gönnt euch mal den Move. Das Video ist wieder anders mit den Effekten und den Farben, dass der Sweater mal blau, mal grün, mal rot ist. Jungs, Alter, darauf war ich nicht vorbereitet. Oh, Digga, die Para-Para-Parallel-Line, ey, Jungs, ich hab Bock. Oh, Digga, diese Video-Effekte und die Dance-Moves, die perfekt auf den Beat geschnitten sind, es ist simpel, aber es macht viel aus. Oh, Digga, an dieser Stelle auch nochmal einfach Shoutouts, man sieht, die drei haben Bock, Alter, die tanzen einfach, haben die Mucke angemacht, sind am rumdancen, haben Bock, Alter, und machen sich keine Gedanken über irgendwas, haben einfach Bock, diesen Track zu machen. Ah, ich bin gespannt auf den Part von Casey. Ja, Mann. Ich bin grad essen für'n Taui, steige vom Lambo Diablo um in den Mucielago, essen Capital, Summer, Casey, Bruder, was da los? Oh, Essen, Summer, Capital, Casey, Bruder, was da los? Oh, Jungs, keine Ahnung, dieses Trio ist einfach heftig, man, ist einfach heftig. Oh, Jungs, keine Ahnung, dieses Trio ist einfach heftig. Oh, Jungs, keine Ahnung, dieses Trio ist einfach heftig. An dieser Stelle, Jungs, nochmal alle Creator-Code Flodaflo eigengeben. Ehre an jeden, der es macht, damit ich auch mir irgendwann die Rolli holen kann. Muss los, Tegger. Boah, Summer. Oh, Tegger, mieses Ding, schaut euch die an. Oh, Jungs. Oh, Tegger, die haben Schlangen am Stadion. Oh, Tegger, die haben Schlangen am Stadion. Geht's euch auch so Jungs, aber wenn man die drei sieht, wie sie zusammen einfach Spaß haben, ein bisschen tanzen, Digga, da gibt mein Herz einfach auf, man, sowas, sowas fehlt, sowas brauchen wir öfter im Deutschrap. Digga, auch wieder der Beat einfach crazy, krasses Ding, Jungs, kleines großes Minifazit, erst einmal natürlich nochmal, Box in der Beschreibung, gönnt euch, jetzt oder nie, Leute, weil du das bereut, falls ihr es nicht macht, ja, nur kurze Ansage, ansonsten, geiles Ding, die drei zusammen, heftige Kombinationen seit DNA spätestens, ähm, hat man's gemerkt und auch hier der Part von Summer wieder, also kranker Part, Jungs, kranker, kranker Part, boah, ansonsten, das Video Fresh, die drei haben Spaß gehabt, ist ein cooler Track, Alter, Casey kommt extrem gut, ähm, die Hook ist extrem, extrem geil hier, auch die Adlibs gefallen mir sehr gut von Karpi wieder, Digga, stabiler Track, die drei gefallen mir einfach sehr gut zusammen, weil man merkt auch, dass sie Bock haben, das ist das Wichtigste, Digga, sie haben Bock zusammen, äh, was zu machen und es ist nicht so erzwungen irgendwie, ja, geiles Ding, schreibt mal rein, wie ihr es fandet, Jungs, ansonsten, wie gesagt, kommen heute noch ein, zwei Videos online gleich, zu den neuen Sachen, die rausgekommen sind, äh, lasst gerne ein Abo da, falls ihr das erste Mal hier sein solltet, oder falls ihr schon öfter vorbeigeschaut haben solltet, aber euch dagegen gesträubt hat, zu abonnieren, dann lasst gerne einen Zap, da würde mich sehr freuen, ansonsten, Freunde, würde ich sagen, was ist hier mit diesem wunderbaren Video, ja, falls ihr zum ersten Mal hier zu zwei wunderbaren Videos, ja, die ihr euch auch noch ansehen solltet, nach meiner Empfehlung, und da grüße ich einmal die Ehre, Leute, Adidas020, Edoras, Philipp, Easy und den Netten, netten, ich wünsche euch einen wunderbaren, morgen Mittag, guten Abend, Freunde, blödfresh und ciao.